Ja hallo, ich begrüße euch, liebe Freunde, liebe Partner, liebe Business Partner, liebe Interessenten. Ja, ich hoffe es geht euch gut und ihr seid gesund und seid interessiert, wie geht es weiter. Es dauert vielleicht noch einige Wochen und dann wird auch wieder halbwegs Normalität eintreten. Aber es ist doch so, dass jetzt die Zeit ist zu überlegen, wie mache ich das Business in Zukunft für die Neueinsteiger. Habe ich mir überlegt, wie Plan B ausschaut? Hast du dir oder haben sie sich überlegt, wie es wäre, wenn sie ein Zweiteinkommen hätten jetzt, dass sie vor Totalverlust oder wenn sie dann Totalverlust von dem jetzigen Haupteinkommen haben, dass sie trotzdem in derselben Höhe, wie sie jetzt ihr Haupteinkommen hatten, jetzt zumindest jetzt, sondern auch das passive Einkommen aus dem digitalen Network Marketing haben oder hätten. Das ist jetzt schon interessant nachzudenken, denn eines ist klar, auch für die bestehenden Freunde da draußen, für die ganzen Netwerker und alten Hosen, eines ist klar, die Uhren laufen ab sofort anders. Network Marketing ist ab sofort ein digitales Network Marketing. Das ist jetzt das Business der Neuzeit. Das alte Network mit Starterpaketen und dann Business vor Ort und tausend Kilometer vor allem, könnt ihr vergessen, funktioniert hier jetzt nicht. Alle diejenigen, die an mich oder an meine Freunde gehört haben, dann stößt um auf digitales Network Marketing, haben es jetzt super. Der Zuwachs mehr als 50 Prozent. Warum? Weil sie jetzt draufgekommen, ja, der alte Josef und der Ritter haben recht. Es ist die Zeit reif, schon seit Jahren, seit zehn Jahren predige schon, macht es digitales Network, macht es long-distance-Business, also auf weiter Entfernung von zu Hause aus. Ihr habt das komplette Werkzeug dazu, aber was wir jetzt gemerkt haben, in den letzten Monaten und jetzt überhaupt jetzt, jetzt haben die Zeit, wenn ich mit jemandem rede, der hat null Ahnung von digitalen Network Marketing. Der hat null Ahnung, wie er die Werbung macht. Ich kann jeden Einzelnen jetzt lernen, wo er schaltet, wie er schaltet, was er macht und wir rätseln, was er darf und was er nicht darf, um keine Abmahnungen zu kriegen oder wie überhaupt das Prozedere abläuft, um die Interessenten nicht zu verärgern, um weitere Geschäftspartner zu finden, um weitere Kunden zu finden, auf seriöse, saubere, kaufmännische Art und Weise. Um das geht es. Und da soll man drauf kommen, wow, ich brauche unbedingt für die Agentur und für die tausenden Leute da draußen und Freunde da draußen, brauchen wir eine Ausbildung. Eine Komp, von der Picke auf, eine Ausbildung, wie funktioniert digitales Network Marketing heute. Ähnlich, ich habe den Kooperationspartner, meine Freunde, die ist fix und fertig, alles fertig, wie funktioniert es mit Video-Workshop, mit Begleitung über alles, was die Nächsten, die Nächsten, die Nächsten dann reinkommen, ebenfalls auch fit machen. Also es geht mir darum, euch fit zu machen für das Business, für das moderne, heutige digitale Network Marketing. Egal, ob es du jetzt eine Network-Organisation hast oder jetzt überlegst, eine zu starten. Das Prozedere ist, informiere dich, sage ja, ich will, ich möchte mich informieren, ich schicke dir die Informationen, so, dann sage ich, wenn alles klar ist, gibt es die zwei Varianten, also zwei Dinge, die du nach dem neuen digitalen Network machen musst. du orderst dieses Programm, das Lernprogramm und machst dein monatliches Abo. Nichts mit großen Startpaketen und das kannst du dir alles derspuren. Du bist da mit ungefähr 252, als Neueinsteiger dabei, inklusive der Ausbildung. Also, aber die hast du jetzt zu Hause. Also das Business, was wir jetzt hier installiert haben und aufgebaut haben, was wir machen mit den Leuten. Das neue Konzept ist für jeden machbar. Egal, ob er in Business ist, Angestellter ist, Geschäftsführer von irgendeiner Firma ist oder ob er ein Unternehmen hat, Klein- und Mittelbetriebe, Tausende da draußen von ich AGs oder Einzelfirmen haben jetzt riesengroße Probleme und denen sagen wir, baue sofort ein zweites Standbein auf mit dem Ziel, ein Zweiteinkommen zu erzielen. Und dieses Zweiteinkommen heißt jetzt nicht ein Zusatzeinkommen ein paar Euro, sondern das Einkommen, das du heute hast. Im Schnitt haben es 2.500 bis 2.000, 2.500 irgendwo. Dass du das in den nächsten 12 bis 18 Monaten eben einmal hast, Minimum, am Anfang hast du das Brutto, im weiteren Fall hast du das dann Netto, weil du so viel Brutto hast, wenn du sagen, bleiben halt 2.500. Oder das, was du jetzt verdienst. Also ein Einkommen, hier das Zweite Einkommen. Und jetzt, wo zwei Einkommen hast, in der selben Höhe ungefähr, dann kannst du ja ruhig schlafen. Egal, ob jetzt die Firma nicht mehr so funktioniert oder du gehst dann später in Pension, das hast du weiter plus die Pension. Und das kannst du von zu Hause aufsieben. Aber, und jetzt kommt das Aber, ohne dass du jetzt dieses Trainingsprogramm, Lernprogramm machst, das geht alles mit Videos und mit Erklärungen dazu und, und, und. Also Schritt für Schritt, ohne dass du dieses Orderst, hat es keinen Sinn, dass du mich abhängst und sagst, ich brauche jetzt und ich mache, sag ich, du vergiss es. Du kannst zwar natürlich das alte Network Marketing noch fahren, aber, das bringt ja nichts mehr. Das kostet 200 Mal mehr als das Digitale. Wenn, du musst ja die Zeit rechnen, wenn du jetzt draußen wieder mit den Meetings und mit den Präsentationen, das musst du alles vorbereiten, da musst du hinfahren, die Leute müssen hinkommen. So können sie alle dort bleiben, wo sie sind. Hoffentlich in einer schönen Gegend, gute Luft, gute Gegend, schönes Heim, so. Und von dort, also von zu Hause aus, von deinem Homeoffice. Jetzt, die gehen rein, sie immer, Homeoffice, ja, ja, das Digitale, kommen sie jetzt drauf. Wie, ich predige schon mindestens 10 Jahre, macht es ein Homeoffice. Dieses Business ist, wer ist imstande, dir ein gutes Geld zu bringen, von zu Hause aus. Also, da muss man, da muss man da hinfahren, nur auf die großen Meetings werden die Leaders geboren, das sind blöd, das Business, was wir dir jetzt zeigen, ist ein digitales Network Marketing, aber dezentral. Nicht, wo du immer hinfahren musst, wo dann, weiß ich, 500 Leute im Soll sind, alles schreit, juhu, juhu, und wenn sie abfahren, wie sie es draußen werden, wie sie jetzt an die neuen Partner finden, Geschäftspartner, und wie sie den Kundenstock aufbauen. Das kannst du hier, das alles geht, in Zukunft geht, alles nur mehr, über das digitale System. Da sind wir drauf gekommen, oder bin ich auch bei den vielen Gesprächen drauf gekommen, dass der Großteil nicht mit dem Internet umgehen kann. Ja, hin und her schupfen, und das, ja, irgendwelche blöden Videos, und das, und das, ja, das können sie, aber wie man damit einen Kundenstock aufbaut, zufrieden den Kundenstock, der Kunde braucht ja eine angelegende bestellte Produkte, will er das Geschäft machen, nimmt er sich das Lernprogramm dazu, das Video-Lernprogramm, das kann er schräg für schräg, so, und da baut er sich das Geschäft auf, hat da das Abo, und zahlt dann ein paar Euro monatlich für die Betreuung, dass er immer, wenn er Support braucht, dass er immer, dass er ihm dir helfen, wie, wie tut er weiter, wo kommt er, was braucht er, so, das ist das moderne Business, so, und jetzt habt ihr auf meiner Seite, agentur-dwc.eu, hier drauf, schreibe Ebenen, so, dort kannst du dann sagen, ja, anfordern, ich möchte mehr wissen, wie das funktioniert, kein Problem, du kannst sogar via Facebook-Manager rechts unten anklicken, das Zeichen anklicken und deinen Namen an und immer eingeben, so, und du kannst mit mir kommunizieren, aber wenn du mit mir reden willst, nur mehr dann, weitere Infos, bei mir immer dann via Skype, die E-Mail-Adresse und dann gebe ich dann, dann schauen wir, dass wir die Skype-Adressen austauschen, dann gehöre ich über Skype, wenn du Business orientiert bist, und Business machen willst, aber dann geht es das nächste Video um, ordern das Programm, ordern das Abo, so, das Abo ist für dich, für gesund, fäschig und fit und das Abo, für das Lernprogramm, ist, dass du das anwenden kannst, dass du das Werkzeug, was du zu Hause hast, was jeder hat, ob das jetzt in Form eines Raptops ist, oder PC ist, oder das Handys ist, oder Tablet, oder was auch immer, das ist das Werkzeug, nur, wie ist du es jetzt, zum Werkzeug machst, um damit eine Gruppe aufzubauen, eine Community aufzubauen, Geschäftspartner zu finden, und zufriedene Geschäftspartner dann zu haben, die auch ein Zweiteinkommen haben, dazu musst du wissen, wie es funktioniert, was du darfst, was du nicht darfst, und wie das Prozedere ist, wie das ablaufen soll, mit den Webseiten, mit den Landingpages, ist alles fix fertig, das ist alles dabei, einmal Paket gekauft, so, und dann das Betrag, und dann hast du dann, das Abo von der Produktfirma, ob das die Firma A ist, oder B ist, oder schon, ja, du brauchst heute unbedingt, wenn du wirklich, im Internet arbeiten möchtest, oder dir das Internet, zum Nutzen machen willst, brauchst du diese Ausbildung, ohne die Ausbildung, kann ich dir nicht mehr helfen, denn ich fahre jetzt mal hin, und ja, und da, dass ich mir vorhin hinstelle, und wieder, da hat 300 Leute, und dort 500 Leute, und hetzt durch dich, das ist vorbei, das braucht man nicht mehr, das war vorgestern, heute läuft das der Hase anders, und das musst du, bitte, das musst du lernen, das ist keine Hexerei, nur musst du eine Anleitung dazu haben, ansonsten machst du es ja immer wieder falsch, und wie das geht, wie das einfach geht, mit Klick, und da ein Klick, und dort ein Klick, es ist eher alles so vorbereitet, dass der Dümmste versteht, also glaube ich mir, es ist für jeden angerichtet, und unsere Arbeit von der Agentur kostet nichts, meine Agentur, meine Arbeit kostet nichts, was die ganzen Empfehlungen, und dann, wenn du es machst, dann als Mentor, wenn ich dich begleite, das ist alles zum Nulltreff, also macht dir da keine Sorgen, das kostet irgendwo 147 Euro, oder sowas, für einmal das Programm zu kaufen, das hast du dann, auf dem PC, so, und da hast du Schritt für Schritt, kriegst du ja Wochen für Wochen dann, so, das ist ein Ausbildungsprogramm, und dann zahlst du dir ein paar Euro, für den Support, dass du dann immer, da packst du nicht mich anrufen, und sagst, ja, du, ich komme mich nicht aus, Experten, immer mit den Experten reden, jeder hat, in seinem Gebiet der Experte, ja, der Franz, ich mache es auf der Seite, dass ich sage, warum und weshalb, wie du jetzt das Ganze für dich ergänzt, und dass du in ein sicheres, in Richtung eines sicheren Zweiteinkommens kommst, und somit in Richtung echter, wie ich immer sage, Quality of Life, okay, also, wenn es so mehr wissen willst, anklicken, alles da, einfach nur anklicken, reinschreiben, ja, bitte, ich möchte, wer Info, schickt mir das, dann können wir auch darüber reden, also, alles Liebe, tschüss, baba,